Die Flanke von Assis und Shizudu im letzten Moment gestoppt. Die Osnabrücker jetzt am Drücker. Mit Nuri. Palaz lässt platzen. Menga hat Zeit. Und dann der Hertha-Keeper, diesmal sicher beim Zupacken. Hier beim Nuri-Schuss hat der 20-jährige Keeper noch seine Schwierigkeiten ein. Fehler aber ohne Folgen. Die 5000 Fans angetan vom guten Spiel. Die Hertha-Bubis. Jederzeit gefährlich. Mit Frahn. Daniel Frahn, ganze 19 Jahre jung. Aus der Cottbusser A-Jugend in dieser Saison an die Spree gewechselt. Beim VfL ist nichts zu merken, dass heute mit Kartus, Reichenberger, Feldhoff und Surmann vier Stammspieler fehlen. Die Elf auf dem Platz geben richtig Gas. Menga zieht ab und trifft. 1-0 Osnabrück. Adi, Vaku, Menga. Die Führung verdient und herrlich zugleich. Schauen Sie, wie Menga den Ball hier 1, 2, 3 Mal tanzen lässt. Und dann Volley unhaltbar anzieht. Der zweite Saisontreffer von Adi Vaku, Menga. Ein Tor, das die 5000 Fans schier von den Sitzen reißt. Die VfL lassen nicht locker. Aziz. Bilal Aziz heute in der ersten Halbzeit mit einer ganz starken Leistung. Im linken Mittelfeld an fast jeder gefährlichen Situation beteiligt.